Hallo und Herzlich Willkommen zur 9.4.11.19 auf der Hot Online Farm. So, wir starten hier wieder. Was machst du denn für Faxe? Warum tust du sowas? Ah, ich weiß warum. Genau deswegen tust du sowas. Nur mal einen Helfer und so. Du machst das nämlich so wie du da bist. So, passt. So, und wir werden hier weiter beschäftigt mit dem Ballenpressen. So, nächste Runde, los geht's. Mal gucken, ob man das noch mehr erzählt, dass hier ein Stück da oben. Wird in dein Auto rum. Machen wir jetzt direkt. Das war eigentlich ein Helfer. Kann man jetzt Wendung oder was? Das muss ich nicht verstehen. Ganz schade Wager. Wahrscheinlich die Collie Box vom Helfer so groß. Dass sie alle stehen bleibt. Warum auch nicht. Warum auch nicht. Was ist das? Was ist das? Zootelie Soll ich das? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich habe eine OBS-Krippe, oder wie? Schmal schreiben scheinbar zusammen, oder? Ach, ich habe schon... Was ist das? Im Moment... Jetzt ist es immer... Mensch... Mensch, Meier... Ist das immer weinste, keine Ahnung... So... Weit zurück... Das war jetzt Punkt 3... Jetzt geht es in die Augen abmalen... Jetzt los... Jetzt los... Jetzt los... Jetzt los... So... Das ist ein Farmhaus... Was kostet halt ordentlich Geld... Das kostet halt ordentlich Geld... Jetzt los... Ich bin doch nicht der Weg zur Pauka... Jetzt... Wir machen schon hier... Alles kurz. der auch nicht, oder? Das kann man nicht sagen. Ich bin drin. Ich bin drin. Ich habe die Kälte gesehen. Ich bin drin. Ich bin drin. Ich bin drin. zusammen und weiter geht's da muss man mal gucken was man jungen noch für den Saatgut müsste erreichen für die Reststücke Bam Hupselups was ist denn hier los Schauen Sie sich selber schon jetzt hier hoch wo das Altswerk raus das ist schon mal gut genau ein damit und kurz raus gucken ob das besser geht ne das ist schon mal gut also das ist schon mal gut Das ist noch nicht ganz so schlimm. Bei Gelegenheit wäre ich mir da eine Saatgutproduktion hinstellen, bis ich mir noch ein Feld gekauft habe. Klapp und zack, schalten wir ein und sinken wir ab. Schauen wir mal die Lübi-Reflekt hier. Schauen wir mal die Lübi-Reflektur. Schnapp schnupp. Schnapp. 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 Ich muss gleich mal was gucken, da haben wir überhaupt noch der BGA drin. Weizen sind... Halt mich noch fast. So. Drei. Stetigen. Da muss ich erst mal nachfüllen. Ich weiß nicht, das ist öfter. Hast dein Augen erfolgreich beendet? Ah, hab ich nichts gemacht. Falsch. Falsch. Ich hab keinen Punkt. Nur noch einen, das ist so. Nicht so gut. So. Ich hab keinen Punkt. 1, 25, 25, was geklatscht ist. Aber das tut jetzt nichts zur Sache. So. 24 ist drin. Schwierig. So. Und hopp. Es geht auch nicht. Ah, 33 Staten. Okay. So, 33 Staten. Noch 37. So. 1.5 1.5 2.5 1.5 1.5 1.5 2.5 2.5 3.5 3.5 4.5 5 5 5 5 5 6 7 5 Was ist denn das hier? 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 Ich muss mich darauf wissen, ob ich ein paar Alben oder? Ich würde mit dem Vorarbeitung verlassen, bitte dich! Ich hab's hier fast noch geglaubt. Nee, nee, hier machst du was mit! In der Kategorie einmal mit Vorwiderbeiten, sag's euch! Jetzt haben wir sechs, und kurz. In dem Düngefest machen wir dann mal ein bisschen höher. Wir fangen zu den Düngeher an. Wind Don't point Those gates Wie ich bedanke mich, und jetzt glaube ich mir das fast. Du hast zwei Ecken vergessen, das ist so nicht so gut. Wo du morgen noch mehr Ecken finden, wo du den Gerisch gemacht hast? Waschenklappen schonmal zusammen. Was ich jetzt so sehe, sieht gut aus. So, das heißt, waschen, waschen, abstellen. So, ich schau, ich muss jetzt mal weiter rausgehen. Oh, mein Evertrieb. Was, das scheint eigentlich ein Unimut zu sehen. Ja, Unimut zu sehen. Ja, Unimut zu sehen, das ist ein Unimut zu sehen. Ach Gott, ich bin schon ein Wachstuhl vorbeigekommen. Ich bin auch ein Heinrich. Woher bin ich? Siebenleitzig, so könnte ich meinen Unruf aufbauen. Ich bin schon mal ein Wachstuhl. Oh, sieh. So, das ist eine Saatgut-Dienst, wo es in die Innenstelle ist. Eine Saatgut-Produktion. So, jetzt passt das Ding noch. Und dann gehen die Ecke stellen. Geld hätte ich, aber ich habe nichts zum Mixen. Das ist nicht problemlos. So, jetzt machen wir die Maschine sauber. Machen wir keine Waschenlage. So, jetzt machen wir die Maschine weg. So, jetzt kommen wir mehr BKR. Einmal, ein zweier. So, unten die große BKR. Und so, ich muss was verkauft. Von den beiden Minijets. So, ich muss noch eine andere Halle hinkriegen. Das ist einfach etwas klein. So, jetzt docken wir schon mal. Entpflanzen schon alles. So. So. Ah, geht das gerade nicht. Ich kann es gar nicht hin. Weil ich habe einen Lüchterfunk dran. So. Und dann kommt das nächste dran. Aber ich komme erst mal zum Ende über diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst den Dämpfen da. Ich bin raus. Schau, schau, zack, äh, ja so. Also auf die dritte, welche Todgriffe. So. Und da.